Philipp Stiefmann! Und jetzt müssen Sie mal kurz helfen für den Philipp. Philipp, ich weiß, für dich ist heute ein ganz besonderer Tag, richtig? Nicht nur, weil du die Silbermedaille gewonnen hast. Das Philipp hat auch heute Geburtstag. Hilfen Sie mir mal mit! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you!